Hallo, Leute, die viel auf TikTok unterwegs sind, die kennen wahrscheinlich Lockhart, das Lockhart Wallet. Und somit ist das hier die Optimierung der Woche. Oh Mann, ich hatte gestern einen schlechten Tag und kennt ihr das, wenn ihr einen schlechten Tag habt und denkt, ey Digger, ich muss mir jetzt was bestellen, das mir wieder gut geht. Und deshalb habe ich mir so ein Lockhart Ding bestellt. Ist heute angekommen, einen Tag später. Ich sehe die ganze Zeit die Videos von Lockhart, ich gucke sogar die YouTube-Videos. Aber ich glaube, ich habe noch nie ein Unboxing hier auf TikTok von Lockhart gesehen und deshalb mache ich jetzt eins. Messer. Was ist das? So ein Lockhart-Einkaufschip für so einen Einkaufswagen. Ich bin am schwitzen hier drin. Und das hier ist das Lockhart Wallet. Ist, glaube ich, genauso groß wie Karten groß sind tatsächlich. Also wirklich sehr, sehr klein und dann hat es hier dieses Band. Hier kommen die Münzen rein. Ich hole jetzt die Karten. Ich weiß schon nicht mehr, wie es funktioniert. Ich weiß nicht mehr, ich habe es kaputt gemacht. Dann nimmt man hier so eine Karte raus, bezahlt. Macht es wieder rein. Von mir gibt es einen Daumen hoch.